Ich wünsche euch allen einen gesegneten Sabbat. Ich habe den Bildschirm hier rechts vor mir. Manche von euren Gesichtern kenne ich. Und manchen von euch werde ich vielleicht erst begegnen im neuen Jerusalem. Es ist mein Herzenswunsch, dass wir alle einmal dort sein werden. Ich habe heute Morgen mit einem Bruder gesprochen, den ich seit meinen Tagen in Österreich nicht mehr gesehen habe. Und ich habe ihm gesagt, als er mir so seine Erfahrung erzählt hat, ich habe den Eindruck, dass momentan, dass wir in einer Zeit leben, wo es manche Menschen gibt in Gottes Volk, die sich immer mehr der Welt zuneigen und weiter von Christus entfernen. Und dass es andere gibt, die nach einer immer tieferen Erfahrung mit Jesus sich sehnen und eine immer tiefere Erfahrung sich wünschen und ihm immer näher kommen. Es ist mein innigster Wunsch und mein Gebet, dass wir zu den Menschen gehören können. Ich glaube, dass wir in einer Zeit leben, in der es wichtig ist, dass wir an unserem prophetischen Verständnis festhalten, auch an unserem Verständnis von Offenbarung 13 in Bezug auf das, was auf uns zukommt. Ich glaube auch, dass wir in einer Zeit leben, wo es wichtig ist, dass wir an unseren moralischen Werten festhalten, dass wir nicht abrücken von unseren biblischen Werten, auch wenn es um Themen wie Homosexualität geht. Und ich glaube, dass wir in dieser Zeit, und nicht nur in dieser Zeit, sondern dass eine ganz besondere Erfahrung für jeden von uns notwendig ist, wenn wir auf die letzten Ereignisse vorbereitet sein möchten. Wir tun gut daran, wenn wir auf die Worte hören, die Gott uns sagt im Buch »Zeugnisse für die Gemeinde Band 9« auf der Seite 50. Und da heißt es, möchten doch alle Gemeindeglieder bedenken, dass sie nicht errettet werden, weil ihre Namen in den Gemeindebüchern stehen. Sie müssen sich als von Gott anerkannt erweisen, als Mitarbeiter, die sich nicht zu schämen brauchen. Tag für Tag müssen sie ihren Charakter nach Christi Anweisungen heranbilden. Sie müssen in ihm bleiben und sich ständig im Glauben an ihn üben. Auf diese Weise werden sie zum vollen Mannesalter in Christus heranwachsen und als gesunde, fröhliche, dankbare Christen von Gott zu immer hellerem Licht geführt. Geht abends nicht zur Ruhe, ohne jede Sünde bekannt zu haben. Das taten wir 1844, als wir darauf warteten, unserem Herrn zu begegnen. Jetzt ist dieses große Ereignis näher als damals, da wir gläubig wurden. Seid alle Zeit bereit, sei es Abend, Morgen oder Mittag, auf dass ihr, wenn der Ruf erschallt, siehe der Bräutigam kommt, geht aus ihm entgegen, selbst wenn ihr vom Schlaf erweckt werdet, ihm mit euren brennenden und geschmückten Lampen entgegen gehen könnt. Ich möchte euch gerne am Anfang dieses Themas mitnehmen. In einer Begebenheit, die sich ereignet hat, als Österreich an Nazi-Deutschland angeschlossen wurde. Und zu dieser Zeit war es für die Juden, die über 100.000 Juden, war es eine sehr schwierige Zeit, die begonnen hatte. Und die Juden haben gesucht nach Hilfe. Und sie haben diese Hilfe gefunden in einem Mann, dessen Name heute in unserem deutschsprachigen Raum ziemlich unbekannt ist. Und sein Name war Feng Shan-Ho. Das war der Generalkonsul, der chinesische Generalkonsul in Wien gewesen. Und dieser Mann hat, wir kennen in Deutschland den Namen Oskar Schindler, von dem man sagt, er hat 1.200 Juden das Leben gerettet. Dieser Mann, man weiß nicht genau, wie vielen er das Leben gerettet hat, aber die Zahl muss in die Tausende gehen. Und Feng Shan-Ho hat damals gewusst, dass Juden ausreisen können, wenn sie ein Visa haben, ein Eintrittswisa, für ein anderes Land. Und Feng Shan-Ho fängt damals an, die Visas auszustellen. Und er wird zurechtgewiesen von seinem Vorgesetzten, aber er beschleunigt den Prozess und stellt weiter Visas aus. Er schickt seinen Sohn und seine Frau still außer Landes und arbeitet mit der Kraft, die er hat daran, Visas auszustellen, damit Juden ausreisen können. Und eines Tages kommt ein Mann zu ihm namens Erik Goldstaub. Und dieser Mann hat schon während den letzten Tagen und Wochen und Monaten an viele Türen von Konsulaten geklopft. Und schließlich klopft er an die Tür von Feng Shan-Ho. Und er empfängt ein Visum nicht nur für sich, sondern auch für seine ganze erweiterte Familie. Und er hat im Nachhinein gesagt, wenn ich nicht an diese Tür in Wien geklopft hätte, dann wäre ich ins Konzentrationslager gekommen und ich hätte mein Leben verloren. Erik Goldstaub hat etwas empfangen, was ihm schließlich sein Leben verändert und es gerettet hat. Und ich möchte mit euch heute gerne über ein Thema nachdenken, das so zentral ist, eine Erfahrung, die jeder von uns haben muss, ohne die niemand das Reich Gottes sehen kann. Jesus hat davon gesprochen vor ungefähr 2000 Jahren mit einem Mann, der ein hohes Amt innegehabt hat, der großes Ansehen genossen hat, der wohlhabend gewesen ist, aber dem diese wichtige Erfahrung gefehlt hat. Und ich möchte euch gerne mitnehmen in unseren Anfangstext im Johannes-Evangelium in Johannes Kapitel 3. Und ich lese in Johannes Kapitel 3 ab Vers 1. Und es heißt hier, es war aber ein Mensch unter den Pharisäern namens Nikodemus, ein oberster der Juden. Der kam bei Nacht zu Jesus und sprach zu ihm, Rabbi, wir wissen, dass du ein Lehrer bist, der von Gott gekommen ist. Denn niemand kann diese Zeichen tun, die du tust, es sei denn, dass Gott mit ihm ist. Jesus antwortete und sprach zu ihm, wahrlich, wahrlich, ich sage dir, Wenn jemand nicht von Neuem geboren wird, so kann er das Reich Gottes nicht sehen. Nikodemus spricht zu ihm in Vers 4, wie kann ein Mensch geboren werden, wenn er alt ist? Er kann doch nicht zum zweiten Mal in den Schoß seiner Mutter eingehen und geboren werden. Jesus antwortete ihm, wahrlich, wahrlich, ich sage dir, wenn jemand nicht aus Wasser und Geist geboren wird, so kann er nicht in das Reich Gottes eingehen. Nikodemus, ein Nachkomme Abrahams, dem gemäß der jüdischen Theologie die Aufnahme ins Reich Gottes nahezu sicher war, hört von Jesus die Worte, du musst von Neuem geboren werden. Ohne diese Erfahrung ist unter dem Strich dein ganzer Reichtum, dein ganzes Ansehen, deine ganzen Freundschaften, deine ganzen Beziehungen werden dir nicht helfen. Ohne diese Erfahrung kannst du das Reich Gottes nicht einmal erkennen. Der Geist der Weissagung sagt uns und ruft uns dazu auf im Buch für die Gemeinde geschrieben, Band 2, Seite 115, dass wir uns eine wichtige Frage stellen. Und uns wird hier gesagt, nichts ist wichtiger als sich zu fragen, gehört mein Herz wirklich Gott? Bin ich im Inneren umgewandelt worden? Sind meine Sünden durch den Glauben an Christus getilgt? Bin ich ein wiedergeborener Christ? Es gibt eine Aussage, die manchen siebenten Tags Adventisten leider Angst macht und diese beunruhigt. Aber uns wird gesagt, im Geist der Weissagung, dass es Menschen gibt und das sind nicht nur fünf oder zehn, die diese Erfahrung leider nicht haben. Und Ellen White schrieb vor über 100 Jahren, wir haben das im Deutschen im Bibelkommentar, sagt sie, die Wiedergeburt ist in diesem Zeitabschnitt der Welt. Eine seltene Erfahrung. Aus diesem Grund gibt es so viel Verwirrung in den Gemeinden. Viele, sehr viele, die den Namen Christi annehmen, sind ungeheiligt und unheilig. Sie sind zwar getauft worden, doch sind sie lebendig begraben. Sie sind dem Ich nicht abgestorben und daher sind sie nicht zu einem neuen Leben in Christus auferstanden. Jesus sagt zu Nikodemus, es sei denn, dass jemand geboren werde aus Wasser und Geist. Nikodemus hat verstanden, dass Christus sich hier auf die Wassertaufe bezogen hat und auf die Erneuerung des Herzens durch den Geist Gottes. Eine Gemeinde kann dich als Glied durch die Wassertaufe aufnehmen. Aber die Aufnahme in den Himmel ist nur durch die Geistestaufe möglich. Ich glaube, dass es in der Bibel viele Themen gibt, die wichtig sind. Und manche von euch bereiten vielleicht andere Menschen auf die Taufe vor. Ich ermutige euch, das zu tun, selber Bibelstunden zu geben. Und es gibt viele Dinge, die wichtig sind. Wir sollten über Prophetie sprechen, über Daniel 2, über Daniel Kapitel 7 und auch über Offenbarung 13. Aber ich glaube, es gibt ein Thema, das zentral ist, sehr zentral für unsere Vorbereitung auf die Wiederkunft. Und das ist die Frage, bin ich von Neuem geboren worden? Bibelstunden bekommen zu haben und getauft zu werden, ist nicht gleichbedeutend damit, dass ich auch von Neuem geboren bin. Ich möchte mit euch nachher noch mehr darauf eingehen, was es bedeutet und woran wir erkennen können in dieser Zeit, ob wir von Neuem geboren sind. Im 2. Korinther, Kapitel 5, Vers 17 gibt es einen Text, den ich nachher mit euch lesen möchte. Die Bibel sagt uns, dass das christliche Leben nicht nur eine Veränderung oder eine Verbesserung unseres alten Lebens ist, sondern dass das christliche Leben eine grundlegende Umwandlung unserer Natur beinhaltet. Diese Erfahrung kann nur stattfinden, wenn wir uns Jesus, unserem Erlöser ganz hingeben. Und uns wird gesagt von der Inspiration, dass Satan es versucht zu verhindern, dass Menschen diese völlige Übergabe vollziehen. Es heißt im Buch Zeugnisse für die Gemeinde, ich ermutige euch, diese Bücher zu lesen, Zeugnisse für die Gemeinde, Band 6, auf der Seite 99. Dort wird uns gesagt, Satan möchte verhindern, dass jemand einsieht, wie notwendig es ist, sich Gott gänzlich zu übergeben. Vollzieht die Seele diese Übergabe nicht, wird die Sünde nicht aufgegeben. Dann streben Esslust und Leidenschaften nach der Herrschaft und Versuchungen verwirren das Gewissen, sodass keine wahre Bekehrung stattfindet. Auf einer Zeltversammlung in Buxton in Maine gab es ein sechsjähriges Mädchen. Das ist eine Erzählung aus unserer Adventgeschichte und ihr findet sie in dem Buch von Spalding, Pioniergeschichten der Adventbewegung. Und dort wird erzählt von diesem sechsjährigen Mädchen, die auf der Zeltversammlung ist und sie hat Jesus lieben gelernt. Und eine Sache, die hat sie besonders gern bei sich gehabt, das war ihr Sonnenschirm. Und sie hat diesen Sonnenschirm so sehr geliebt, heißt es, dass sie ihn immer bei sich trug, ob die Sonne jetzt geschienen hat oder nicht. Sie nahm ihn sogar mit ins Bett. Doch dann hörte sie, heißt es in dem Buch, dass wir alles für Jesus aufgeben sollen, um für sein Kommen bereit zu werden. Eines Tages sitzt sie mit ihrer Mutter im Versammlungszelt und sie denkt, ich liebe Jesus, ich liebe meinen Sonnenschirm. Ich liebe Jesus, ich liebe meinen Sonnenschirm. Sie hielt ihn fest umschlungen und schaute ihn liebevoll an. Schließlich bricht sie in Tränen aus und ruft laut, Lieber Jesus, ich möchte dich lieben und in den Himmel kommen. Nimm meine Sünden weg. Ich schenke mich dir mitsamt dem Sonnenschirm. Geschwister, ich glaube, diese Geschichte spiegelt etwas wider, was für uns notwendig ist. Was würde geschehen, wenn in unserem persönlichen Leben, wenn in unseren Gemeinden, wenn auf allen Ebenen unserer Freikirche ab dem heutigen Abend sich jeder Jesus zu 100% weihen und ihm hingeben würde? Was würde geschehen, Geschwister? Es ist mein aufrichtiger Wunsch, dass jeder Einzelne von uns, die Wiedergeburt ist nicht eine Erfahrung, das muss ich dazu sagen, ich glaube, das ist euch bewusst. Das ist keine Erfahrung, das ist keine Eintagsfliege. Die Wiedergeburt ist eine Erfahrung, die wir jeden Tag benötigen und die Gott uns jeden Tag auf übernatürliche Weise schenken möchte. Der nächste Abschnitt, den wir uns zuwenden möchten, ist diese Erfahrung. Ist diese Erfahrung meine Erfahrung? Woran kann ich erkennen, ob dieses neue Leben in mir stattgefunden hat? Ich möchte euch hierzu in einen Text mitnehmen. Zunächst einmal wieder aus dem Johannes-Evangelium, Kapitel 3 und mit euch weiterlesen ab Vers 6, Johannes Kapitel 3 ab Vers 6. Und Jesus sagt hier weiter zu Nikodemus, was aus dem Fleisch geboren ist, das ist Fleisch. Und was aus dem Geist geboren ist, das ist Geist. Wundere dich nicht, dass ich dir gesagt habe, ihr müsst von Neuem geboren werden. Der Wind weht, wo er will, und du hörst sein Sausen, aber du weißt nicht, woher er kommt und wohin er geht. So ist jeder, der aus dem Geist geboren ist. Mit anderen Worten, Jesus sagt zu Nikodemus, du kannst nicht die wirkende Kraft sehen, aber die Auswirkungen kann man sehen. Im zweiten Korintherbrief heißt es, wenn jemand in Christus ist, in Kapitel 5, Vers 17, dann ist er eine neue Kreatur. Es ist alles neu geworden. Es ist nicht ein verbessertes altes Leben, sondern ein neues Leben, das Gott uns schenkt. Und ein wichtiges Zeichen für die Wiedergeburt ist, liebe ich die Dinge, die Gott auch liebt. Ich hoffe, dass das jeder von euch erfahren hat. Ich denke da zurück und es ist eine der schönsten Erfahrungen, das bei einem Menschen miterleben zu können. der vorher vielleicht noch an irgendeiner Sache hängt, wo er denkt, die kann ich nicht aufgeben und hinterher möchte er die Sache nicht mehr, weil Gott ihm die Liebe zu den Dingen geschenkt hat, die er auch liebt. Ist Christus das Zentrum meines Lebens? Versuche ich ihm in allen Dingen zu gefallen? Wiedergeburt bedeutet, dass ich das liebe, was Gott auch liebt. Wiedergeburt bedeutet nicht, dass ich versuche, mit dem geringstmöglichen Standard, sei es im Bereich Gesundheit oder Charakterentwicklung, irgendwie noch den Standard zu fahren, damit ich gerade noch so vielleicht in den Himmel komme. Das wird auch nicht funktionieren. Ein wiedergeborener Mensch hat Freude daran und möchte alles zur Ehre Gottes hingeben. Alles, was er ist und alles, was er hat. Ich möchte euch gerne mitnehmen noch in einige Aussagen aus dem Geist der Weissagung. Ich bin sehr dankbar dafür, dass Gott uns den Geist der Weissagung geschenkt hat. Ich glaube, dass er in dieser Zeit besonders wichtig ist für uns als Volk Gottes. Und ich lese aus dem Buch Das Wirken des Heiligen Geistes, Seite 41. Und dort heißt es, ein gesunder Christ liebt das Wort Gottes und sucht die Gemeinschaft mit Christen, die mit der Bibel vertraut sind, damit er jeden Lichtstrahl erhascht, den Gott ihnen vermittelt hat und er Christus offenbart und immer wertvoller macht. Er hat seine Freude daran, sein wichtiger Satz, dem Herrn mit ganzer Kraft zu gehorchen. Der Heilige Geist mit seinem belebenden Einfluss sorgt dafür, dass ein solcher Christ in der Liebe Gottes bleibt. Wenn Männer und Frauen wahrhaft bekehrt sind, hier geht es um unsere Gesundheitsbotschaft, werden sie gewissenhaft die Lebensgesetze befolgen, denen ihr Wesen unterworfen ist. Sie werden sich befleißigen, körperliche, geistige und moralische Schwäche zu meiden. Es gibt eine Botschaft bezüglich der Gesundheitsreform. Jede Gemeinde soll sie hören. In jeder Schule ist ein Werk zu tun. Weder Rektor noch Lehrer sollten mit der Erziehung der Jugend betraut werden, bis sie eine praktische Kenntnis dieses Gegenstandes erlangt haben. Wahr ist freilich, dass es eine rein äußerlich, eine äußerlich rechtschaffende Daseinshaltung ohne die erneuernde Macht Christi gibt. Das Streben nach Einfluss und das Verlangen nach Ehre mögen einen geordneten Lebenswandel im Gefolge haben. Selbstachtung mag uns vom Schein des Bösen zurückhalten. Auch ein selbstsüchtiges Herz ist imstande, gute Werke zu tun, heißt es im Weg zu Christus. Wie sollen wir aber dann beurteilen und entscheiden, auf welcher Seite wir stehen? Wer besitzt unser Herz? Mit wem beschäftigen sich unsere Gedanken? Worüber reden wir so gern? Wem gehören unsere wärmsten Gefühle und unsere besten Kräfte. Sind wir Christi jünger, so ist unser Hauptaugenmerk auf ihn gerichtet. Unsere tiefsten Gefühle wurzeln in ihm. Alles, was wir sind und haben, ist ihm geweiht. Nach seinem Bild steht unser Verlangen. Wir spüren den Hauch seines Geistes, tun seinen Willen und leben in allen Stücken, ihm zu gefallen. Einer wiedergeborenen Person, die das Licht und die Erkenntnis hat, muss man nicht immer hinterherrennen und ihr sagen, dass es gut wäre, morgens Zeit zu verbringen mit demjenigen, der alles für sie bezahlt hat. Einer wiedergeborenen Person, die das Licht und die Erkenntnis hat, die muss sich nicht immer darauf aufmerksam machen, dass es doch auch wichtig wäre, dass Gott uns auch etwas über unsere Gesundheit zu sagen hat. Eine wiedergeborene Person wird versuchen, in allen Bereichen, so wie es schön im Anfangsgebet gebetet wurde, wird versuchen, nach jedem Lichtstrahl ihr Leben auszurichten und Gott in allen Dingen zu gefallen. Ich möchte euch gerne noch in einen Text mitnehmen aus dem Johannes-Evangelium in Kapitel 4. Das ist ein weiteres Merkmal, wenn jemand von Neuem geboren ist. Johannes Kapitel 4 und ich greife hier ein paar Verse heraus aus der Begebenheit von Jesus und der Frau am Jakobsbrunnen. Johannes Kapitel 4 ab Vers 25. Nachdem Jesus sich mit ihr unterhalten hat, heißt es in Vers 25, die Frau spricht zu ihm, ich weiß, dass der Messias kommt, welcher Christus genannt wird. Wenn dieser kommt, wird er uns alles verkündigen. Jesus spricht zu ihr, ich bin's, der mit dir redet. Vers 28. Nun ließ die Frau ihren Wasserkrug stehen und lief in die Stadt und sprach zu den Leuten, kommt und seht einen Menschen, der mir alles gesagt hat, was ich getan habe. Ob dieser nicht der Christus ist? Da gingen sie aus der Stadt hinaus und kamen zu ihm. Es heißt im Geist der Weissagung, jeder wahre Jünger sinngemäß wird in das Reich Gottes als ein Missionar geboren. Es ist nicht möglich für einen Menschen, der wiedergeboren ist, dass er das einfach in sich verschließt. Er kann nicht anders, er muss es weitergeben. und es ist ihm eine Freude, das weiterzugeben. Geschwister, ich möchte euch an dieser Stelle, ich möchte die Klammer kurz aufmachen, ich möchte euch ermutigen, die Wahrheit weiterzugeben. Jeder auf die Weise, wie Gott euch führt. Jetzt ist die Zeit, dass wir den Menschen, dass wir sie bekannt machen mit Christus. Sei es durch Gespräche, durch unser persönliches Zeugnis oder durch Weitergabe von Büchern wie vom Schatten zum Licht. Lasst euch durch nichts und niemanden von dieser wichtigen Aufgabe abbringen. Zeigt sich in meinem Leben die Frucht des Geistes. Neue Menschen, in Christus heißt es im Buch Der Weg zu Christus, werden die Frucht des Geistes hervorbringen. Als ich vor längerer Zeit das Thema vorbereitet habe, hat mich das erinnert an eine Geschichte von einer britischen Missionarin, deren Namen manche von euch mit Sicherheit kennen. Ihr Name war Gladys Aylward. Und Gladys Aylward hat, es gibt ein Buch über sie, das heißt Die Frau mit dem Buch. Und Gladys Aylward ist damals nach China gegangen, weil sie den Ruf Gottes gespürt hat und viele Hindernisse waren es, die ihr im Weg gestanden sind. Aber bevor Gladys Aylward nach China ging, hat sie zuerst eine wichtige Erfahrung machen müssen. Als sie 17 Jahre alt gewesen ist, kam sie nach London als Dienstmädchen und sie wollte gerne ein Leben haben im Reichtum. Sie wollte Schauspielerin werden. Und eines Abends, da ist sie auf ihrem Weg in die Theatervorstellung, als es eine Gruppe von jungen Menschen gibt, die sie umringen und die sie dann in eine Kirche einladen und sie schließlich so halb in die Kirche hineinziehen oder hineinschieben. Und Gladys Aylward steht in dieser Kirche und ihr wird ein Platz angeboten. Und als sie dort sitzt und zuhört, da treffen sie die Worte, die sie von vorne hört. Und als sie wieder nach Hause geht, das lässt sie tagelang und längere Zeit, sie lässt es nicht in Ruhe. Bis sie schließlich sagt, ich werde zum Haus dieses Predigers gehen und ich muss mit diesem Mann sprechen. Und als Gladys Aylward dann das Haus erreicht und die Frau des Predigers öffnet ihr die Tür und sie sagt, mein Mann ist nicht da, aber du kannst mit mir sprechen. Und sie führt sie in die einfache Wohnstube und die beiden Frauen beten miteinander. Und Gladys Aylward glaubt in diesem Moment auch während dieser Zeit, dass Gott sie angenommen hat und sie hat ihm alles übergeben. Und ich möchte euch gerne einen Abschnitt vorlesen aus diesem Buch, nachdem Gladys Aylward diese Übergabe gemacht hat, der für mich sehr bezeichnend ist. Und es heißt in diesem Buch, aus dem Haus des Predigers geht sie in ihr Stübchen im Westen Londons zurück. Die Straßen haben sich für sie verändert. Keine Lichter, kein Vergnügen kann sie mehr reizen. All das gehört zu der Welt, deren Türen für sie nun geschlossen sind. Das Einzige, was für sie in diesem Augenblick an den größten Wert hat, ist ihre Bibel und das Gebet. Die Tage gehen unter der gewohnten Arbeit vorüber. In Gladys Leben geschieht nichts Besonderes, aber ihre Umgebung bemerkt sehr wohl eine starke Veränderung in ihr. Der Besuch von Tanzsälen und Theatern ist völlig vorbei. Aber keinen Gottesdienst lässt sie aus. Jeden freien Abend geht sie jetzt in die Zusammenkünfte der Gläubigen. Eine tiefe Sehnsucht, immer mehr von Gottes Wort zu begreifen, erfüllt ihr Herz. In dieser Zeit ist ihre Seele durchdrungen von der Liebe Christi. Mit ihren früheren Freundinnen aus der Stadt kann sie nun nicht mehr ausgehen. Stattdessen erzählt sie ihnen, welch große Veränderung in ihr Leben gekommen ist. Wie der Herr sie auf ihrem Irrweg aufgehalten und was geschehen ist, seitdem sie den Herrn Jesus annahm. Die geistliche Not der Menschen um sie her drängt sie, mit ihnen zu reden. Aber die Menschen lachen oft über das kleine Persönchen, das sie mit großen, dunklen Augen anblickt und sie fragt, ob sie Frieden für ihre Seele gefunden haben. Gladys ist nun 18 Jahre alt, sieht aber noch wie ein Kind aus, wie ein noch sehr naives Schulmädchen. Aber mit dem Ernst einer Erwachsenen ermahnt sie die Menschen, sie müssten sich bekehren, weil sie so nicht weiterleben dürften. Die Erfahrung des neuen Lebens ist für jeden Einzelnen von uns nur möglich aufgrund der unverdienten Liebe Gottes. Das Schöne ist, Jesus hat Nikodemus nicht nur gesagt, du musst von neuem geboren werden, sondern Jesus hat Nikodemus auch gesagt, wie diese Erfahrung vonstatten geht. Ich möchte euch gerne mitnehmen in unseren letzten Bibeltext für heute Abend wieder in Johannes Kapitel 3. Johannes Kapitel 3 Abvers 14 Und Jesus sagt hier, und wie Mose in der Wüste die Schlange erhöhte, so muss der Sohn des Menschen erhöht werden. Denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Denn Gott hat seinen Sohn nicht in die Welt gesandt, damit er die Welt richte, sondern damit die Welt durch ihn gerettet werde. Jesus nimmt hier Bezug auf eine Geschichte aus dem Alten Testament, die euch wahrscheinlich bekannt ist. Die Israeliten murren gegen Gott und es kommen feurige Schlangen und viele vom Volk sterben. Und Mose richtet auf Gottes Anweisung hin eine ehrende Schlange auf und jeder, der diese Schlange anschaut, bleibt am Leben. In diesem Moment hätte es den Israeliten nicht geholfen, sich zu überlegen, was für eine Medizin sie brauen können, um das Gift zu neutralisieren. Es hätte den Israeliten nicht geholfen, sich Antischlangengesetze zu überlegen, sondern das Einzige, was sie gerettet hat, war, auf die ehrende Schlange zu schauen. Es heißt im Geist der Weissagung, Nikodemus hat sich aufgrund diesem Gespräch mit Christus bekehrt. Ich möchte euch gerne mitnehmen in eine Aussage aus einem Buch, das mir sehr wichtig geworden ist seit vielen Jahren, weil dieses Buch mir eine neue Erfahrung mit Christus geschenkt hat. Es ist das Buch Das Leben Jesu, heute der Sieg der Liebe und ich lese aus der alten Ausgabe auf der Seite 160. Und dort heißt es, auf welche Weise werden wir nun errettet? Wie Mose in der Wüste die Schlange erhöht hat, so ist es Menschensohn erhöht worden. Das Licht, das uns vom Kreuz entgegenstrahlt, offenbart die Liebe Gottes. Seine Liebe zieht uns zu sich. Widerstreben wir dieser Zugkraft nicht, werden wir zum Fuß des Kreuzes geführt, um dort die Sünden zu bereuen, die den Heiland ans Kreuz brachten. Dann erneuert der Heilige Geist durch den Glauben den inwendigen Menschen. Herz und Gemüt werden neu geschaffen zum Bild dessen, der in uns wirkt. Eine Zeit lang bekannte sich Nikodemus nicht öffentlich zu Jesus, aber er dachte über seine Lehren nach. Wiederholt hatte er in manchen Sitzungen des Hohen Rates manchen Anschlag vereitelt. Als er schließlich der Heiland am Kreuz erhöht wurde, heißt es, erinnerte sich Nikodemus der Worte von Jesus auf dem Ölberg. Wie Mose in der Wüste die Schlange erhöht hat, so muss auch der Sohn des Menschen erhöht werden. Das Licht jener verschwiegenen Unterhaltung umleuchtete das Kreuz von Golgatha und Nikodemus sah in Jesus den Erlöser der Welt. Ein zentraler Punkt für die Erfahrung des Nikodemus war das Kreuz gewesen. Ein entscheidender Punkt im Leben jedes Menschen, wenn es um die Erfahrung geht, ohne die niemand das Reich Gottes sehen kann. Wie schauen wir auf Jesus? Eine Möglichkeit und die Erfahrung, die mein Leben verändert hat, ich habe es vorhin schon erwähnt, war dieses Buch gewesen, das Leben Jesu. Als ich Adventist geworden bin, ich bin nicht in der Gemeinde aufgewachsen, Gott hat mich herausgeführt aus einer dunklen Vergangenheit. Und ich habe, obwohl ich es ernst gemacht habe, jahrelang keine Bekehrung erfahren, keinen wirklichen Frieden gehabt. Und dieses Buch, das Leben Jesu im Zusammenhang mit dem Wort Gottes, hat mein Leben grundlegend verändert. Und es heißt in diesem Buch, es würde für uns gut sein, täglich eine stille Stunde über das Leben Jesu nachzudenken. Wir sollten das ganze Erleben Jesu auf Erden in allen Einzelheiten, besonders aber die letzten Tage, an unserem inneren Auge vorüberziehen lassen. Wenn wir in dieser Weise bei dem Opfer verweilen, das er für uns gebracht hat, wird unser Vertrauen zu ihm wachsen, unsere Liebe zu ihm lebendiger werden und am Ende werden wir tiefer mit seinem guten Geist erfüllt sein. Wenn wir gerettet werden wollen, müssen wir am Fuß des Kreuzes Reue und wahre Demut lernen. Als nach der Himmelfahrt von Jesus die Jünger zerstreut wurden, trat Nikodemus unerschrocken in den Vordergrund. Und es heißt über Nikodemus, über seine spätere Erfahrung und ich möchte das gerne mit euch teilen, auch wieder aus dem Buch des Leben Jesu. Als nach der Himmelfahrt des Herrn die Jünger durch die Verfolgungen zerstreut wurden, trat Nikodemus unerschrocken in den Vordergrund. Er verwandte sein ganzes Vermögen zur Unterstützung der jungen Gemeinde, die die Juden mit dem Tod Christi als ausgetilgt betrachteten. In den gefahrvollen Zeiten stand er, der sich vorher so überaus vorsichtig und abwartend verhalten hatte, fest und unerschüttert wie ein Fels im Meer. Er wurde von denen, die ihn in früheren Jahren geehrt und geachtet hatten, verhöhnt und verfolgt. Er verlor seine irdische Habe, doch sein Glaube, der in jener nächtlichen Unterredung mit Jesus begonnen hatte, schwankte nicht. Noch heute sind diese Wahrheiten ebenso wichtig wie in jener ernsten Nacht auf dem von Finsternis eingehüllten Berg, in der der jüdische Oberste kam, um von dem einfachen Lehrer aus Galiläa den Weg des Lebens kennenzulernen. In der Stunde der Bedrängnis stand Nikodemus fest wie ein Fels in der Brandung. Ich glaube, dass diese Erfahrung, die Erfahrung der Wiedergeburt, wichtig ist und essentiell, wenn wir vorbereitet sein möchten auf die letzten Ereignisse. Diese Erfahrung ist nur möglich aufgrund der unverdienten Liebe, die uns Gott gezeigt hat und die er uns immer noch zeigt. Auch wenn wir am Ende der Zeit und manche oder vielleicht viele von uns werden das erleben, dass manche von uns in Gefängniszellen sein werden. Manche von uns werden vielleicht erleben, wie unsere ehemaligen Brüder oder vielleicht sogar guten Freunde, wie sie uns anschwärzen werden und vielleicht vor Gericht gegen dich und mich aussagen werden. Wir werden große Ungerechtigkeit erleben, wenn Jesus zu unseren Lebzeiten wiederkommt und wir am Leben sein werden. Aber ich glaube, dass wenn wir diese Erfahrung uns von Gott schenken lassen, die Erfahrung der Wiedergeburt, dass wir dann, egal was kommt, egal wie schlimm die Verfolgung und der Druck von außen sein wird, ich glaube, dass wir mit dieser Erfahrung im Herzen und in unserem Leben sicher durch die letzten Ereignisse gehen können. Jesus kommt bald wieder und es ist mein Wunsch und Gebet, dass jeder Einzelne von uns diese Erfahrung macht, diese Erfahrung, durch die niemand bekannt, wenn er sie nicht hat, das Reich Gottes sehen kann. Möge der Herr uns diese Erfahrung schenken und uns helfen, dass unsere Charaktere bereit sind, Jesus im Frieden zu begegnen, wenn er wiederkommt, um all diejenigen zu sich zu nehmen, die ihm hier auf dieser Erde ihr ganzes Herz geschenkt haben. Gott segne euch. Amen. Amen.